so herzlich willkommen zurück zu doom 2016 ja in alle frische wieder mit mehr mut aber eigentlich nicht weil ja also einmal ja ich habe die shangun völlig falsch geupgradet ja die lafette wäre nämlich eine 3 kanonige shangun gewesen so wie wir es auch bei project brutality als upgrade bekommen können ja und das hätte ich an der stelle auch extrem gut gebrauchen können viel feuerkraft was nehme ich nehme die anlauf shangun ja ich glaube ich sollte mich der linken seite nicht mehr widmen dies grundsätzlich scheiße habe ich festgestellt das problem ist ich konnte mit der lafette nix anfangen es war für mich nicht eindeutig ich habe noch mal ein video geguckt und ja also man sieht es auf der animation so ein bisschen dass es 3 kanon ist aber es ist sehr uneindeutig also ich finde das nicht schön gemacht das hätten sie ruhig in den text unterbringen können hätte man allerdings auch was mit anfangen können weil dann hätte ich natürlich das genommen jetzt habe ich natürlich auch noch waffenpunkte darin investiert und so weiter naja nicht so schön das muss ich mal gucken wie ich diese stelle löse ich habe noch keine ahnung ich muss mal gucken das ist jetzt echt ja wahrscheinlich ist sie gar nicht so schwer aber trotzdem jetzt ärgert mich jetzt schon ein bisserl war ja das ärgert mich wirklich mit der shangun das ist echt ärgerlich ich nehme das mal mit hier jetzt habe ich sie geschafft warum letztes mal nicht ach leck mich doch am arsch hier das sind dinge die muss man wohl nicht verstehen oder so das sind ja wohl dinge die muss man jetzt nicht so unbedingt verstehen ach nicht so schlau mit der waffe zu schießen er hat ja nicht so viel munition ne ist der das blöde so na gut na mal gucken wie ich das jetzt mache mir fehlt die munition das ist echt ein problem ist hier nicht irgendwo noch munition ach jetzt geht es eh nicht mehr ok das ist schlimm das ist auch mein problem ich habe keine munition nix ich kann fast nur die nehmen ja das ist mein problem ich habe keine munition jetzt merke ich eigentlich mal echt mal den ernst der lager ich habe hier keine munition jo ich glaube ich sollte mal irgendwie zurückgehen und munition suchen für meine dingens aber ich sehe dass das echt ein problem ist so na gut es ist wie es ist ich werde jetzt irgendwie irgendwie klarkommen jetzt finde ich auch nicht so schön dass man bei einem glorikel getötet wird ich konnte nix aber auch nix machen so anders jetzt ich brauche mir munition dafür das ist mir jetzt zu doof hier liegt doch noch was oder nee ich brauche was für die chaingun irgendwo auf der schnelle chaingun munition damit das mal schaffe da so auf die schnelle vielleicht gibt es noch mal health nehmen wir das doch mal mit warum nicht weil das kann ja nicht sein dass ich da immer verrecke munition fehlt das ist mir jetzt klar geworden keine mun hammer du kommst wie gerufen du kommst wie gerufen mein freund wie bestellt jetzt rock ich das ding das kommt wie bestellt wie bestellt so zack zack dummerweise darf ich das jetzt jedes mal machen weil warte nein das wollte ich jetzt nicht ich wollte das umstellen so ja kommt es wie rufen aber das werde ich jetzt jedes mal machen müssen weil ich das ja nicht äh speichern kann so na gut ich mach erstmal das so boom dann du nein ach da steht noch einer das darf nicht wahr sein wie hast du denn das bitte überlebt kollege das wird so natürlich jetzt wieder kacke ne ich hoffe alle ist tot da drüben wow der saß da kannst du nix sagen der saß so dann machst du jetzt mal da hin und da hin so ich glaube nicht vergessen dass wir davon zwei haben so oh gott man lass dich doch mal aufhalten doch scheiße hier der lässt sich ja noch nicht mal aufhalten von dem schuss nicht mal nicht mal irgendwie so ja es interessiert dem überhaupt nicht wenn ich ihn beschieße das ist dem vollkommen egal kann so nach dem motto kannst du ruhig meinen das ist mir vollkommen wurscht mach halt so ja komm dann geh mal dahin ablies so es ist blöd dass die damit zurücklaufen da war noch health irgendwo moment hier war vorhin noch health wo war denn das nochmal gleich war doch eben noch health erzähl mir nicht ob ich das jetzt eben liegen gelassen jetzt hab ich das schon wieder vergessen war denn das zum verrückt werden hier doch oder nicht war das nicht hier irgendwo ja das will ich mitnehmen ich brauche hier das erdenkliche helft was ich kriegen kann so ne 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 das ich an der stelle hier zum verrückt werden so 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 jetzt haben wir die granaten das passt so 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 du wieder so 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 soo 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 ich müsste eigentlich da rüber irgendwas keine ahnung ach das ist so blöd zu machen halt so zack zack weil man ihren nicht sieht so bleib stehen so wo kam das denn schon wieder her ich hasse das upgrade ich hätte echt die ach menno ich hätte echt das dreifach ding nehmen müssen ach es ist ärgerlich mit dem falschen upgrade ist es halt wirklich lasst mich doch da mal durch so ja auch immer die zurückladen und das machen so kriege ich denn die stelle nicht auf die reihe das richt mich auf ey ich will euch hier jetzt nicht die ganze zeit mit dieser kack ecke hier eher langweilen hier ich kriegs halt einfach nicht gebacken unautorisierte exkursionen in die sperrzone außerhalb der basis dämonischer vorstoße nein ja gut dann machst du halt damit die laden sich ja auch auf so und du noch so war es das jetzt dankeschön jetzt ihr noch nicht getroffen nicht getroffen jetzt aber muss ganz weg so ach menno ist doch echt zum mäuse melken los mach doch so scheiße zurückgespawnt das ist echt unglaublich ach du wieder dass wir doch so So, wie hat das jetzt endlich mal einen Schuh hier? Boah, den... Den hätte... Der Schuss ist so dick, ne, da ist keine Ausweichen mehr möglich. Nein, Mann, ich war doch schon so weit! Mano, das gibt's doch nicht. Mensch... Zum verrückt werden. Bin ich ernst, da sind schon wieder 16 Minuten da dran. Bin ich nicht im Ernst? Puh... Wenn ich auf die Uhr gucke... Ist das wohl tatsächlich so? Oh... Unautorisierte Exkursionen in die Sperrzonen außerhalb der Basis sind verboten. In Sicherheit entfernen werden... Dämonischer Vorschlüsse... Da hat wieder einer Schaden gemacht? Ne, noch nicht, ne? Ja... Ich will jetzt hoffen. Ich will sogar ein bisschen Health gegeben, nice. Wenn auch nicht viel. So... Nacken! Nicht die... Hast du... So... Gut... Jetzt gar nicht mehr so... Ja, gar nicht mehr so scheiße jetzt aus. So, jetzt machen wir... Na, die halten nicht so lange, das ist halt das Problem. Muss ich schon ein bisschen zentral setzen. Hm... Machen wir jetzt erstmal die Schäden ganz stark klar. So... Fuck man... ich hasse diese ecke ich hasse sie so tiefgründig ich hasse sie oh man es ist so scheiße diese ecke ich hasse sie so selbst mit voller munition bin ich zu blöd dafür es ist doch echt nicht möglich ich finde diese ecke auch sowas von kacke ich hab da keinen freiraum zum kämpfen das ist so eine blöde eklige ecke da ich kann da nicht so kämpfen wie ich es mir vorstelle so eine eklige dreckige kacke ecke ich mach ich glaub ich mach die beiden pinkies jetzt mit der säge platt ey ist mir so egal jetzt mal ernsthaft das ist mir echt zu blöd hier der typ nervt mich auch hier echt der will sich nicht killen lassen fresse darum ich weiß dass du da bist mein gott mach doch mal nen abgang please so danke so die ist eh ne säge jetzt säge ich das alles kaputt hier so hier kommen wieder meine holograms hin säge raus schluss jetzt hier schon sofort in den bast haben so wo ist jetzt der scheiß pinkie hier wer ist der nächste pinkie wer ist das voll von euch jetzt bin ich echt sauer auf die dinger so das war das was der nighthawk mir empfohlen hat darüber zu gehen so in seinem video bedankenswerterweise so was jetzt jetzt kommt der scheiß hellen halt ne oder was kommt jetzt ja hellen halt down so wer jetzt tot nein so warum habe ich mich jetzt hier so schwer getan das frage ich mich am ende eines solchen kampfes immer warum warum einfach nur ich hätte ich hätte die pinkie warum habe ich die pinkies nicht einge... warum habe ich die nicht direkt gesägt jetzt wo ich die gesägt habe war das so easy warum haben wir das nicht direkt gemacht warum oh ich bin so hohl oh indirekt sägen sollen man das war doch offensichtlich jetzt mal ernsthaft ach komm schon ach leck mich na gut der plan ist jetzt tatsächlich aber aufgegangen dass ich und die säge ist eh wieder voll warum habe ich dich direkt gesägt... aha ich könnte mich hauen so hier oben war nichts mehr zu holen oder oder war da noch irgendwas nachträglich einsammelbar boah ich könnte mich hauen das ist jetzt mal ganz im ernst für alles für das zweite shangun upgrade für alles einfach nur ganz im ernst ich habe alles falsch gemacht was ich nur hätte falsch machen können jetzt mal ernsthaft wirklich ich habe alles falsch gemacht alles alles oh man oh man oh man ist das peinlich ey boom was war das denn eine komische granate so zack und bam jetzt so aber wenigstens habe ich es richtig gemacht dass ich jetzt noch meine volle dings habe wenigstens habe ich das richtig gemacht wenn ich schon alles falsch mache jetzt kommt das große zeug oder wie ich glaube es auch ey so jetzt wieder beruhigen wir haben alles falsch gemacht aber wir können es dafür jetzt auch nicht zu sehr hauen wir müssen damit jetzt zurecht kommen oder ei 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 da ist noch eine munitionsbox jetzt wird es mir in den Arsch gedrückt ich sehe es schon so sieht jetzt noch mit den secrets aus ich kann mir nicht vorstellen dass hier nichts mehr ist oh das ist eine argenzelle das ist cool richtig cool aber secrets fehlen mir echt noch einige bist du da hinten auch ein secret oder ne du bist einfach nur so die benutze ich jetzt aber nicht weil das lohnt sich meiner meinung nach nicht so die bewahren wir uns auf wobei sind die nach dem laden nicht eh wieder voll ich weiß es gerade gar nicht oh da ist was drin unten was ist da hä irgendwas erspere ich doch da unten ganz eindeutig was ist denn da ja aber da war ich schon zehntausend mal also ich glaube nicht dass es intelligent ist da runter zu jumpen ne das lassen wir das ist blau das lassen wir bleiben den unsern das haben wir hier aber die argenzelle die will ich natürlich sehr sehr gerne haben aber jetzt mal ernst warum habe ich die pinkies nicht gleich gesägt ich könnte mich hauen kann ich einer mal von euch zu mir vorbeikommen und mir eins so einen richtig schönen facepalm in die fresse geben das ist genau das was ich jetzt verdient habe so und zwar wirklich verdient habe oh er hat wieder dreck getroffen die arsch sau so jetzt gibt es mal ein bisschen ghost action hier einmal habe ich mich treffen lassen ist nicht ganz so furchtbar das kann man verkraften und zwar leider von diesem komischen baron das bist du ein haste nur ne hier geht der nächste shitstorm los wo war denn hier ist auch noch ein zettel oh hier geht es auch noch runter ich will das blutnest eigentlich noch gar nicht machen ich will nämlich erstmal noch ein bisschen zeug abgreifen wenn es denn irgendwie geht da soll angeblich eine a-gänzzelle sein wo komme ich denn da rüber oh 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 der war knapp die soll hier sein es wird behauptet dass aha da ist er das hört nicht an secret sauerei ich würde sowieso ganz gerne mal einen speicherpunkt haben weil der part ist soweit so mache ich jetzt munition vollgas dann können wir den ganzen rest auf ja würde ich sagen munition vollgas weil dann haben wir das durch und dann können wir uns später in aller ruhe auf den rest konzentrieren ja aber schön wenn er das speichern würde und die ruhen prüfung habe ich natürlich immer noch nicht gemacht das steht dann hier oh seit wann ist das der fall seit wann ist das der fall ach du scheiße ne okay äh hab ich da nicht deutlich gesteckt nach einem dollschwung ne brauche ich nicht glory kills schneller große entfernung das habe ich drin habe ich drin ne moment Munitionsboost und gute Ausrüstung habe ich drin naja ja wird es ja Sinn machen das eigentlich rein zu nehmen ne das große entfernung hm ist die frage hm hm ich nehme mal das das ist auch einfach zu erreichen 75 per glory kill nehmen wir mal das hier so gut und speicherpunkt was würde ich dafür tun erstmal ernsthaft jetzt müssen wir mal gucken wo ist denn jetzt diese komische und dann möchte ich jetzt auch ganz gern nochmal machen und hier schon wieder rüstungszeug ach ne weil es ja max war habe ich ja gar nicht eingesammt ne passt schon hier ist noch sowas alles jo der munition ist ja eh wieder max weil ich das ja ausgerüstet herrumpel lassen wir das blutnest nochmal blutnest sein ja da kann ich gar nicht durch okay auch spannend es komme ich jetzt aber nicht hin hab das gefühl ich muss das blutnest jetzt machen es scheint mir schon fast so ich will darunter kommt man da nicht irgendwie runter ne ich schätze mal echt dass mich das blutnest jetzt daran hindert ist auch nix brauchbares ne oder kann man hier irgendwie irgendwas ist da unten aber wir gucken erst mal was hier ist wohl das kommt mir so bekannt vor oder ne von da war ich doch gekommen ne ich glaube von da war ich eh gekommen ja da von da war ich auch gekommen ne das macht das macht keinen sinn von da war ich ne da muss ich das blutnest machen so oh man ich trau mich nicht ich trau mich halt echt nicht das ist das problem na gut ich muss ich muss es ja so next du auch boom boom nö lass mal lass es auge kaputt und so boom boom so next naja da ist er schon der nächste boom ja und der war jetzt wieder mega easy wa so speicherpunkt das müssen wir ausnutzen jo wir haben es geschafft okay da soll ich rein weil es scheint da will ich jetzt aber noch okay keine ahnung na egal jetzt das ding ist auch noch da obwohl ich das habe gar nicht gebraucht okay ne hier ist der zettel den zettel können wir ja noch durchlesen so zum kaku jetzt lese ich jetzt noch durch das schaffen wir noch wenn der kakodämon die anwesenheit der lebenden spürt verfolgt er sie gnadenlos bis er nah genug heran ist um mit seinen mächtigen beißwerkzeugen nach ihnen zu schnappen bei der jagd hilft dem kakodämon seine psychoaktive betäubende gallenflüssigkeit die er über beachtliche distanzen spucken kann trifft die galle wird die wahrnehmung des opfers verzehrt und seine beweglichkeit eingeschränkt der effekt hält zwar nur kurz an oft genügt dieser kurze zeitraum der schwerfälligen bestie aber um an ihr opfer heranzukommen gut davon habe ich jetzt irgendwie nicht ganz so viel gemerkt dass ich davon benommen werde aber gut passt schon ja aber geiles viecher das design ist echt cool so ja dann war es das erstmal für diesen part ja ich entschuldige mich für diesen anstellkram da bei diesen einen raum immer noch in diesem part aber ja vergesst lassen wir das ich reg mich ja selber drüber auf oh man jo ich bedanke mich dennoch fürs zuschauen und die geduld mit mir bis zum nächsten mal mit doom 2016 bye bye